so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge bis zur weise jawohl es hat mit nur eine weile gedauert dass wieder ein video kommt sogar kommt hochgeladen wird suchen gut ihr lieben ja manchmal ist es halt so was ich mir gedacht habe was du da draußen guckst ja gut erste war hier dass man jetzt was wir jetzt hier sehen haben wir schnell mal die zweike auf aber doch einmal jetzt nicht weiter zusammen was die jetzt die muss über ihr sehen und dann würde ich sagen baume uns mal so ein tomatenbeet wäre was wir dafür alles brauchen also hier so einen sandgasten weil die zweike brauchen wir hier schon gerade mal so viel in der nähe rumliegen haben wir die mal schnell weg wo wir auch unsere zahlen fertig kriegen mal gucken was wir von so einen sandkasten brauchen sage ich mal oder beetkasten oder und die das machen wir dann hier hinten das machen wir hier hinten warum auch alles das sieht komisch aus so und zwar habe ich keine auch so auf biene und ich muss das das ist ja so unten möchte drücken genau und sehen was braucht man nieke ach so da brauchen die komischen kommt wird auch von den schub kommen aber nicht schon mal sowas jetzt haben wir viele kisten wir haben das nie bekommen von den schub kommen kann ja die schub kommen zu kloppen kommt man das ja manche schub kommen kann man zu kloppen ich bin mir jetzt nicht sicher ob man das mal jeweils bekommen haben es sollte schub kommen suchen herstellen kann man das glaube ich gar nicht ist sich jetzt nicht wir können ja mal gucken schmied oder wusste wir hier und den bestimmt nicht ich bin ich noch von der munition und wir brauchen wir doch abgehangenes fleisch oder bögelt ist mir aber doch nicht reicht doch nicht heute muss aber hier haben wir gehen mehr finden wir noch eine schubkache die man kaputt machen kann jetzt gar nicht wird uns immer gut genau ich wollte ja eigentlich mal wieder eine herrsche kann ich mir auch nicht vorstellen dass muss hier herstellen kann kann ich mir nicht ich höre gleich korn hier ist es hier oder doch das kann man herstellen 30 kilo was ist denn jetzt 30 kilo hat er hat das worden das jetzt diese kilo hatten wir machen mal und da schon taschen und computer oder laptops drin habe ich welche ich weiß ich weiß im haus habe ich welche das weiß ich achte mit einzeln ich weiß nicht wie wir die computer teil wenn ihr mal so mit recht herstellen musste ich gar nicht ich echt nicht jetzt habe ich aber schon wurde verjessen wurde es war eine stelle erst mal in her erst bei ihnen herstellen das kann ich mir noch nicht vorstellen dass es das sein soll oder oder muss doch was mit den anstellen die nähe ist das ist es oder stets ja das ist so ein sackel da muss ich mit ihnen doch euch was macht also immer was mit kilo dran steht muss ich da euch das rein machen ich verstehe es nicht dann wird das sein ist es nicht ja gut wer das w ist wie das funktioniert kannst ja mal in die kommentare schreiben ich müsste jetzt stammt anzufangen ob das mal alles oder rein wer das w ist wie das funktioniert dass man auch bitte in die kommentare schreiber schreiben ich muss es mir aber bei euch und wie alles die erste bau jetzt auch hier rein wird sagen wir gehen auf bärenjagd schön hinstellen und dann müssten eigentlich auch vier sperre reichen so eigentlich wollte ich das jetzt bauen so messer mit auch mal besser um alles da ist ja alles so voll wir müssen ja auch im bären unterkriegen auf der bären muss die stimme für weg machen auch das was wollen das was war denn das wo bin ich denn jetzt hängen geblieben hier ist komisch wo bin ich denn hängen geblieben naja gut und merkt was ich weiß ich weiß doch mal gucken ob der bär da ist auch mal wieder solches fleisch und dann müssen wir echt mal auf die jagd nahe nicht nach der jagd sondern auf die suche machen von scott wir brauchen scott unbedingt sonst können wir in der mine nicht weitermachen ach gibt doch gar sei gut so schleicht sich daher bär um daher bär ja wo ist der bär jetzt muss man echt irgendwie vorsichtig fahren weil nach den update da bilder muss auch du per per ach da ist es doch nicht weg rennen bär jetzt rennt er weg nicht rennt doch 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 da fällt nicht um hier rennt doch nicht mit meinem pfeil weg sperren meine ich er kann noch da ist noch nicht zu legen ich will das war mehr so gut ich brauche wenn man den schwer weg noch ein packen das soll man ja her so dass wir ja gleich essen so ein bei brauche ich noch so und zwar das brauchen wir alles jetzt brauchen wir natürlich alles und die nebel was bei den ledern den gedärm wie ich jetzt erstmal nicht anzufangen wollte haben wir davon ja auch glock dass man nämlich euch wie ruhig vor ich so also nach dem update wird stopp 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 müssen wir uns hier rüber versuchen zu kämpfen ohne das auto schlägt ab nach hause also hier hat man ja glücklich rädchen gefunden hier und denen ja ich weiß jetzt gar nicht wo noch anderes doch ich weiß noch es gott zu müssen unbedingt scott finden die stämme wird so jetzt wird sagen machen wir uns gleich gleich so viel so viel herstellen ich nehme ich nehme ich jetzt nicht mit er hatte gedärmen müssen wir auch mal so und zwar hier halt stopp ich muss mal gucken wie wir platz machen 3 uhr die ok hier und topf ja da kommen schon mal vier ich habe mir jetzt ja wir haben sieben euro es geht nur acht wird man ja noch mal vier und doch acht habe ich eine eflisch geht ja bei jase alles klar ich war dran denken etwa doch acht ich finde dass sie pückelte ich zwar nicht wie gerade frisch gemacht ist hundertprozentiges fleisch was ist der wird das geld eigentlich auch machen und da müssen wir jetzt machen hier pückelte hier pückelte auch hier pückelte eigentlich hier pückelte jetzt schatten oder solche was weggeflochen so viel essen achte ich nehme ich bin ist gar nicht was ja gut man könnte sich jetzt und mensch büten ball aus den getern aber wir haben noch platz 5 also machen noch immer das erinnern machen was genau das andere machen wir uns gleich axel ja axel drin da kann man gleich ein bisschen holz machen oder so ja ja wie gesagt mit den gummischen ich weiß dass man das aus den schubkern hochbekommen das ist wahrscheinlich dünner ich habe keine ahnung was wir sich aber wo finden also in der schubkern war hier da habe ich so was nicht rausgekommen dann auch gleich noch machen und das war ich hier doch machen Medium kann man doch eigentlich auch essen. Es ist zwar nicht grün, aber es ist Elb. Okay, ich habe das immer verkohlen lassen, aber wo ich dachte, es brauchst du lange. Aber wirst du, was man auch machen? Ich will mal so eine Kartoffel ausprobieren. Die verdürbt. Aber bei der ist ja, bei der geht es ja übel schnell machen wir. Das ist nämlich schon Medium, aber so geht das. Schon fertig. Ich will mal sehen, was sie bringt. Wo haben wir sie? Sehen, was so eine Kartoffel bringt. Geht. 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 In Not. Wie schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Aber wir sind schon wieder am Ende des Videos. Wenn wir viel verbracht haben, heute nicht. Aber haben schon was geschaffen. Alles weißen, bevor es alles verdogen ist. Geht man den doch mal. Aber hier noch Sprit. Öl machen wir doch jetzt auch massig. Ich möchte eigentlich unsere Lampen, die nicht viel bringen. Oh, gießen muss ich. Gut, ihr Lieben. Das mache ich in der Aufnahme, Pause, gießen. Gut, ihr Lieben. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie das mit den komischen Dingsbums da. Was es damit auf sich hat. Wer das weiß. Ansonsten bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Bedarfe, für eure Likes. Mega Daumen an euch und tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020